So, ich habe einige Einsendungen bekommen, fange mal mit einem Bild von mir an und dann geht es so weiter, muss mal schauen, wie ich das so mache. Vor einigen Tagen, ich denke mir nichts dabei, Arc Age kommt raus, alle freuen sich so, der Hype ist über 9000 oder so, genauso wie meine Warteschlange später. Yo, über eine Stunde dachte ich mir, gut, warte ich ein bisschen, nach zwei Stunden komme ich zurück, wahrscheinlich über eine Stunde noch, ja, dauert ein bisschen, versuche es am nächsten Tag nochmal. Irgendwann um 3 Uhr vormittags kam ich dann rein und hatte dann leider nur einen Kopf, ja, die Waffen hat man auch gesehen. Yo, das läuft auf jeden Fall bei uns, wir haben auch überlegt eine Boy Group aufzumachen, in der Mitte zwischen dem Legolas Verschnitt und dem mit dem Pädoblick, da steht noch einer, aber der hatte den Unsichtbarkeitsmantel von Harry Potter an. Und das war mein erstes Erlebnis in Arc Age. Die zweite Einsendung kommt von Anonym, er schickt mir einen Screenshot aus dem Flash-Browser-Game Realm of the Mad God, da wurde der Account von einem Admin gehackt und der hat dann im Nexus in der Stadt einfach mal einige Mobs spawnen lassen. Offiziell schreibt er so, ein Hacker hat sich in den Account von einem Admin gehackt und dann die ganze Zeit Monster gespawnt im Nexus. Ja, da kann man sich mal ein Beispiel nehmen, immer diese DDoS-Attacken, das wird schon langweilig, sowas hat Swag. Für Lumpi wird es jetzt richtig bitter. Er kommt so kurz vor Mitternacht online, denkt sich noch, yo, dem pieksigen Biest drücke ich heute eine rein, musste dann aber mit Entsetzen feststellen, dass er nur 0 Schaden ausgeteilt hat. Aber Lumpi, ein gutes hat es, zumindest hast du den Gegner nicht geheilt. Sie ist positiv, oder? Der nächste Screenshot aus Drakensang Online, presented by Kaisers, zeigt den Tag, an dem das ELO-System offiziell beerdigt wurde. Im Spielmodus 5 gegen 5, spielte einer gegen einen und nebenbei bemerkt, hat er da wohl, ja, so ziemlich die meisten Ruhmpunkte ohne Mentor-Bonus geholt, die man da auch nur irgendwie holen kann. Und bei Drakensang Online bleibe ich auch gleich, dort hat nämlich der Spieler Gladiator Master eine Halskette bekommen mit mehr als 90 Schaden. Laut Adam Riese 93, um genau zu sein. Und da kann man schon mal gratulieren. Der nächste Screenshot ist aus Shakes and Fidget. Dort gibt es immer drei Quests und wenn man eine Special Quest hat, dann ist der Name rot eingefärbt. Die Chance ist relativ gering, dass man eine bekommt, noch geringer, dass man zwei findet. Aber den Jackpot hat hier ganz klar Paragon gezogen mit drei roten Quests auf einmal. In Summe hat der alte Mann mit dem magischen Umhang große Pläne. Zum nächsten Bild von Euron muss ich eine Geschichte vorlesen, beziehungsweise erzählen. Er hat nämlich mit seinem Drachenkrieger Keens Schritte in Drakensang Online gefunden. Und zwar drei Minuten bevor der Server heruntergefahren wurde. Nach einigen Monaten Pause mit diesem Charakter, der sich mal wieder eingeloggt. Und plötzlich kam der Server down. Also sind sie, das sieht man auf der Karte, einfach zu Orlog durchgelaufen, zum Endboss in dieser Zone. Sind dort am Weg ein bisschen gestorben. Und jedes Mal dachte er sich, was liegt denn da für Schrott herum? Und weil ihn dieses Icon so genervt hat von diesem Schuh, dachte er sich, egal, ich nehme das jetzt mit, auch wenn das nur ein weißes Item ist. Und siehe da, es war ein Unique. Drei Minuten vor Server down, das ist doch eine feine Sache. Screenshot Nummer 8 von der Johnny habe ich Pfeilbau zu Brickfoss getauft. Vor einigen Monaten war es nämlich noch möglich, mit der Armbrust die Pfeile aufeinander zu schießen und auf diesen dann hoch zu klettern. Wenn man sich jetzt die mühvolle Arbeit ansieht, die hereingesteckt wurde, dann grenzt das schon fast an den Turmbau zu Babel. Wieder zurück in Shakes and Fidget hat der Spieler KillerGMX, dem toten Baron, einen anderen Namen verliehen. Der heißt nun, der leider wegen 56.740 HP doch noch nicht tot, der Baron. Ja, die 50 Gesichter von den Gildenmitgliedern nach dieser Runde hätte ich gerne gesehen. Gut, mit mir hat es angefangen, mit mir soll es auch enden. Vor einigen Wochen wollte ich mich für das Free-to-Play-Spiel Microvolts anmelden. Tragst du alles ein? Login-ID, Spielertrend, Nickname, Schilling. Auf einmal kommt folgende Fehlermeldung. Dieser Nickname ist anstößig, bitte gib einen neuen Nickname ein. Äh, ja gut, ich werde es dann mal mit X-Schniedel-Woods-Destroyer-95X-HD-LP-XD versuchen.